Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute die thematischen Veranstaltungen des Sommersemesters kurz vorstellen darf, einige organisatorische Details dazu. Ich konnte etwas darüber sagen, wie das Seminar oder die Seminare und die Vorlesung aufgebaut sein wird und vor allen Dingen darüber, wie wir und mit welchen Tools wir arbeiten in der Lehre. Bevor ich das aber tue, vielleicht ganz kurz ein Wort dazu, wie wir die Lehre umsetzen. Wie Sie wissen, werden wir bis Pfingsten die Lehre digital realisieren und bis Pfingsten prüfen, ob wir stufenweise in Präsenzlehre zurückkommen können an der Fakultät. Ich würde im Hinblick auf das aktuelle Infektionsgeschehen mal ganz vorsichtig davon ausgehen, dass uns diese wenigen Wochen bis Pfingsten keine signifikante Verbesserung in den Inzidenzzahlen und beim Reproduktionsfaktor von Covid-19 bringen. Aber lassen wir uns einfach überraschen und möglicherweise sehen wir uns dann nach dem 23. Mai doch das ein oder andere Mal in Präsenz wieder. Das würde mich sehr freuen. Für heute steht im Wesentlichen an, dass ich ganz kurz auf die jeweiligen Veranstaltungen blicke mit Ihnen gemeinsam und Ihnen einige organisatorische Details vorstelle und Sie ein wenig in die Kommunikationsumgebung einführe, die wir in der Lehre im Sommersemester benutzen werden. Zunächst einmal diese kurze Übersicht über organisatorische Details. Bitte erschrecken Sie nicht, diese Slides sind als PDF in der Beschreibung unter diesem Video verlinkt, sodass Sie Zugriff haben auf alle URLs und jetzt bitte nicht hektisch anfangen müssen, das Video zu pausieren und dann die URLs abzuschreiben. Die Sprechstunde wird stattfinden am Donnerstag von 13 bis 14 Uhr unter Werbei. Das ist mittlerweile ein erprobtes Tool. Die meisten von Ihnen dürfen es kennen. Die Informationen und das Material zu den Veranstaltungen finden Sie auf unserer Seite gls-dresden.de unter den angegebenen Adressen. Und zentrale Säule der Kommunikation in der akademischen Lehre ist für mich mittlerweile die Matrix, die auf TU-Säuren der TU Dresden zur Verfügung gestellt wird. Die Adressen sehen Sie auch hier eingeblendet. Allerdings sehe ich gerade, dass ich die Raumadresse für die Grammatiken des Deutschen noch einmal korrigieren muss. Geben Sie mir dafür einfach ein bisschen Zeit, sodass Sie auch bei OPAL und im Vorlesungsverzeichnis korrigiert sind. Hinweisen möchte ich Sie auf die Matrixkanäle der Fakultät SLK. Einmal ein Newskanal und zum anderen ein Diskussionskanal. Der Newskanal ist tatsächlich nur dafür da, aktuelle Informationen die Fakultät SLK betreffend dort zu teilen. Bitte gehen Sie wenigstens in diesen Raum hinein, damit Sie auf dem aktuellen Stand sind. Das kann in diesen Zeiten, denke ich, nicht schaden. Die Kontaktdaten zu mir und zu allen anderen MitarbeiterInnen unseres Teams an der Professur für Germanistische Sprachgeschichte, Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte finden Sie ebenfalls unter der angegebenen Adresse. Wie läuft im Wesentlichen bei mir die digital gestützte Lehre ab im Sommersemester? Wir unterscheiden hier zwischen verschiedenen asynchronen und synchronen Kommunikationskanälen. Asynchron im Wesentlichen ist die Wissensvermittlung aufzufassen. Das heißt, wenn es so etwas gibt wie thematische Inputs, dann können die entweder in einem Video oder einem Audio-Input eingetragen werden. Und zwar ist hier die zentrale Präsentationsplattform auf der einen Seite YouTube und auf der anderen Seite kommt es von der Dateigröße an oder kommt es auf die Dateigröße an, ob man ein Audio-Input in der Matrix teilen kann oder dafür eine separate Distribution wählt. Und daneben haben wir synchrone Kommunikationsmöglichkeiten. Das sind zum einen Videokonferenzsysteme und zum anderen Chats. Und hier schlägt die Matrix zu mit der Möglichkeit, sowohl synchron wie asynchron zu kommunizieren. Und die Matrix wird der zentrale Hub sein, über den ich mit ihnen in Verbindung stehe und in der Lehre kommuniziere und darüber hinaus. Zur Distribution von Video-Inhalten verwende ich YouTube. Ich habe hier zwei, drei Playlists aufgeführt, die nicht unmittelbar etwas mit den Lehrveranstaltungen im Sommer zu tun haben. Aber es wird hier für jede Lehrveranstaltung eine separate Playlist geben mit den Inputs von mir und wenn Sie während des Semesters Video Inhalte produzieren, möglicherweise auch von Ihnen. Aber dazu sage ich zum Beginn des Semesters in den ersten Veranstaltungen etwas. Zum Zweiten arbeiten wir, wenn es um die synchrone Kommunikation geht, vor allem mit Matrix in der App Elements. Als Bordmittel haben wir noch Jitsi als Videokonferenz. Wie oft wir das nutzen werden, hängt im Wesentlichen von der Performance des Dienstes ab. Und daneben gibt es die Möglichkeit, kollaborativ zu arbeiten mit dem sogenannten Crip Pad. Probieren Sie das einmal aus. Das wird verstärkt zum Einsatz kommen, auch wenn ich noch nicht weiß, ob es der zentrale Dienst sein wird, indem wir gemeinsam zum Beispiel an Texten arbeiten oder mit anderen Möglichkeiten, wie zum Beispiel mit den Präsentationen. Das hängt auch ein wenig davon ab, wie Sie sich das Ganze vorstellen, mit welchen Tools Sie arbeiten. Daneben setze ich informell auf ein anderes Tool, nämlich auf WanderMe, das bekannt war unter dem Namen Jutribe. Hier kommt es ganz einfach darauf an, ob Sie sich das vorstellen, in seiner Umgebung arbeiten zu wollen oder nicht. Das ist von Seminar zu Seminar ehrlicherweise unterschiedlich. Und hier bin ich einfach auf Ihre Offenheit und Einstellung gespannt. Und das Zweite, was ich sehr gerne benutze, um gemeinsam zu arbeiten an einem Desktop, ist das sogenannte Miro Board, auch unter dem Namen bekannte Real-Time Board. Auch hier können Sie sich schon einmal vertraut machen mit einem kostenlosen Zugang oder mit einem Education-Zugang. Entscheiden Sie bitte für sich, was da für Sie das Beste ist. Aber die meisten von Ihnen werden das ganze System schon kennen. Für Sie vorbereitet sind folgende Dinge. Ich fange mal auf der rechten Seite an. Das sind zum einen die digitalen Inhalte der Linguistik am Institut für Germanistik der TU Dresden. Hier genauer und spezifisch die Videoinhalte von Simon Mayer-Vieracker und unsere Professur. Wir haben die Videoinhalte zusammengestellt und auch mittlerweile die Podcasts, die in unserem Kontext entstehen. Hinweisen möchte ich Sie hier auf zwei Formate, nämlich den sogenannten Ali-Podcast, in dem Studierendenbeiträge veröffentlicht werden und den Podcast Last Not Least, der an meiner Professur entstanden ist und denselben Zweck verfolgt. Da können Sie sich schon einmal darauf einstimmen mit dem ein oder anderen Thema, ob das für Sie eine adäquate Form wäre, um ein Thema zu präsentieren. Das heißt, es kann eine Teilprüfungsleistung sein im Semester und wenn Sie darauf Lust haben, dann stehen Ihnen in den Lehrveranstaltungen von mir alle Türen offen. Das Zweite, auf das ich Sie hinweisen möchte, ist das anonyme Feedback, das ich für meine Lehrveranstaltungen anbiete. Sie erreichen die Übersicht über die Sammlung dieses Feedbacks ebenfalls wiederum über ein Miro-Board und finden dann in der ganz linken Spalte einen Link, um Feedback zu geben. Bitte halten Sie sich damit nicht zurück. Ich sichte das Feedback und poste dann ausgewählte Kommentare, die Neues hinzufügen und Neues beitragen zur bisherigen Diskussion direkt auf diesem Miro-Board. Und somit sehen Sie immer, haben Sie eine direkte Rückkopplung, ob ich Ihr Feedback und wie ich Ihr Feedback zur Kenntnis nehme und aufnehme. Das erscheint mir sehr sinnvoll, da wir damit einen qualitativen Kanal haben, auf dem wir uns über akademische Lehre verständigen können. Komme ich mal zur Vorlesung. Sie sehen schon, erwartbar wäre vielleicht etwas anders gewesen, aber mir kommt es in dieser Vorlesung vor allen Dingen darauf an, dass wir uns über die Relevanz der Kategorie Raum in ganz verschiedenen Teilbereichen der Linguistik austauschen. Also auf der einen Seite wäre das relevant, dass wir uns zunächst einmal über Deixis Gedanken machen, dann über die metaphorische Konzeptualisierung von Raum, auf der anderen Seite dann über die Zusammenhänge von Raum und Varietät und dann auch über so etwas wie eine Wahrnehmungsdialektologie. Dazu aber dann in der Vorlesung selbst mehr. Also es ist ein Überblick über die Relevanz des Konzeptes Raum für die Linguistik. Wie wird die Vorlesung üblicherweise aufgebaut sein? Das heißt, eine einzelne Vorlesungseinheit. Es wird immer einen thematischen Input geben und dieser Input wird asynchron zur Verfügung gestellt. Das Besondere, was ich mir in der Vorlesung leiste und was, glaube ich, auch sehr gut angenommen wird, ist, dass wir diesen asynchronen Input zur Vorlesungszeit, also im Vorlesungsslot selbst gemeinsam als sogenannte YouTube-Premiere anschauen und parallel in der Matrix dazu chatten, Fragen entwickeln und so weiter. und so fort. Nach diesem Input, thematischen Input, gehen wir in eine Interaktionsphase, die entweder im Chat selbst, also in der Matrix selbst stattfinden kann oder auch in einer Videokonferenzumgebung. Mal so, mal so und je nachdem, wie Sie zu dem jeweiligen Thema aufgestellt sind, dann wird es in jeder Einheit eine Feedback-Runde geben, in der man Fragen und Kommentare zur Aufbau und Struktur der Einheit stellen kann, miteinander darüber ins Gespräch kommt, Verbesserungspotenziale artikuliert und so weiter und so fort und daneben noch fünf Minuten separiert für aktuelle Informationen zur aktuellen Lage an der Universität oder bei Rückfragen von Ihnen zu aktuellen Problemen im Studium oder in der Organisation von Prüfungen und so weiter und so fort. Die Vergangenheit hat gezeigt und die vergangenen zwei Semester haben gezeigt, dass wir diese fünf Minuten tatsächlich brauchen und ich würde sie mir gern einräumen. Mir und Ihnen, um genau zu sein. Zu den Prüfungsleistungen selbst, in der Vorlesung ist es üblich, dass Sie lektürebezogene Aufgaben, Klausuren, ein unbewertetes Thesenpapier, Kurzüberprüfungen anfertigen können. Es kommen noch zwei, drei andere dazu in speziellen Studiengängen, aber im Wesentlichen sehen Sie, das sind alles kleine Prüfungsformen, die entweder schriftlich parallel zur Vorlesung entstehen können oder dann als gegenständliche Prüfung am Ende des Semesters abgelegt werden können, wie die Klausur und Sie sehen, dass es im Wesentlichen für die schriftlichen Leistungen ein durchgehendes Format gibt, nämlich die Anfertigung einer Rezension, entweder einer Monografie, also das heißt einer komplexeren Publikation für die lektürebezogene Aufgabe oder für die kleineren Formen ein Aufsatz, der zum Thema selbst recherchiert wird. Aber diese Fragen dazu würde ich in der Vorlesung selbst besprechen und erfahrungsgemäß nicht nur einmal. Wichtig für die Teilnahme an der Vorlesung selbst ist die Prüfungsinformation und die Einverständniserklärung zu Bild- und Tonaufzeichnung. Ich sage Ihnen auch gleich, warum das relevant wird. Wenn wir eine Vorlesungsdiskussion haben, zum Beispiel zu einem spannenden, aktuellen, tagesaktuellen Thema, kann es durchaus sein, dass nicht alle TeilnehmerInnen der Vorlesung zu diesem Termin präsent sind. Und sollte sich so etwas abzeichnen, ist es immer sinnvoll, eine Aufzeichnung einer Diskussion anzufertigen und dafür brauche ich aber explizit Ihre Einverständniserklärung und ich bitte darum, dass Sie die ausfüllen und mir zukommen lassen, wie und auf welchem Wege sage ich dann direkt in der Vorlesung oder im Matrix-Chat zur Vorlesung. Das ist, glaube ich, sicherer und sinnvoller. Zur Klausur vielleicht ganz kurz. Die Klausur realisiere ich als sogenanntes Take-Home oder Stay-Home-Exim. Und hier haben wir in den letzten zwei Semestern gute Erfahrungen sammeln können über den Ablauf und die Struktur des Ganzen. Ich habe Ihnen verlinkt die öffentlich gestellte Klausur für das Wintersemester 2020 mit einem Einführungsvideo mit dem Klausurformular, sodass Sie sich einen Eindruck darüber verschaffen können, was da auf Sie zukommt. Freut mich jedes Mal, die Essays zu lesen, die dann entstehen. Und ja, ist eine ziemlich gute oder nicht ziemlich, ist es eine gute Form des digitalen Abschlusses oder des Abschlusses einer Vorlesung. Und daran werde ich auch festhalten, nach der Pandemie möglicherweise auch in Präsenz, aber dann müssen wir das Ganze ein bisschen umdenken. Zu den Rezensionen vielleicht. Zwei Worte. Die Rezensionen, die Sie entweder für eine Lektüre bezüglich der Aufgabe oder für eine Kurzüberprüfung anfertigen können, sollten zwischen 6.000 und 7.000 Zeichen liegen mit Leerzeichen, beziehungsweise 8.000 und 11.000 Zeichen mit Leerzeichen für die Langfassung. Sie können sich bitte orientieren an der Zeitschrift für Rezensionen zur Germanistischen Sprachwissenschaft, ZRS, die Sie frei verfügbar im Netz finden unter der angegebenen Adresse. Und Fragen zur Rezension oder wie eine Rezension aufgebaut sein sollte, beantworte ich gern während der Vorlesung. Die Abgabe bitte bis zum 15.09.2021 und es reicht, wenn Sie diese unter den aktuellen Bedingungen als PDF abgeben. Ich bitte Sie nur darum, dass Sie im Betreff den angegebenen Hashtag verwenden, damit mein Mailprogramm das alles automatisch zuordnen kann. Das wäre sehr hilfreich. So, und zum Schluss auch nochmal hier die Erinnerung an die Einverständniserklärung zur Bild- und Tonaufzeichnung unserer Publikation. Ich würde mir vorbehalten, besonders gute Ergebnisse zu publizieren, um Ihre Beiträge, studentische Beiträge, sichtbar zu machen für die Öffentlichkeit, damit Sie eben nicht in der Schublade verschwinden und wir gemeinsam ausstellen können, was in Dresden an tollen Arbeiten entsteht. Und hier explizit sei nochmal der Podcast herausgehoben, den ich in den Seminaren befüttere, aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass wir darüber auch in der Vorlesung nachdenken. Nur müssten wir einen Weg finden, um das adäquat als Prüfungsleistung anerkennen zu können. Das heißt, ein kleiner schriftlicher Bestandteil ist dann immer noch erforderlich. Okay, also das nur als Hinweis. Und wenn Sie daran Interesse haben, melden Sie sich bitte zeitnah dann in der Vorlesung selbst. Zu den Seminaren Grammatiken des Deutschen und die barrierefreie Kommunikation. Vielleicht so viel die Grammatiken des Deutschen werden von der Basis ausgehen bis hin zu komplexeren Fragestellungen. Und wir werden, das ist eine Besonderheit dieses Seminars, grammatische Analysen an Liedtexten vornehmen. Das ist insofern speziell, weil Liedtexte nicht bekannt sind dafür, dass sie Phänomene des alltäglichen Sprachgebrauchs in groß angelegten Koperat zur Verfügung stellen, sondern sie sind tatsächlich sehr artifiziell und ahmen verschiedene sprachliche Muster nach. Und da es mir genau darum geht, das Augenmerk zu richten auf besondere sprachliche Muster und Strukturen, sind Liedtexte typischerweise besonders gut dafür geeignet, um das Augenmerk auf bestimmte sprachliche Phänomene zu richten. Lassen Sie sich da überraschen. Die Liedauswahl ist sehr gut. Und ich denke, dass wir mit einem Lied beginnen werden, das auch eine besondere Rolle in der letzten Vorlesung gespielt hat. Aber dabei werden wir wahrscheinlich nicht stehen bleiben. Barrierefreie Kommunikation ist üblicherweise ein Seminar, das ich als Service-Learning-Seminar verstehe, mit dem man nach draußen geht und mit Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung gemeinsam Inhalte erarbeitet. Sie werden es sich denken, das ist im Moment gerade besonders schwierig. Allerdings ist das Seminar im letzten Semester ebenfalls mit diesen Voraussetzungen gestartet und die Ergebnisse können sich tatsächlich sehen lassen. Die würde ich Ihnen sehr gern als Anregung mit in die Matrix-Chatgruppe stellen, sodass Sie sich schon einmal orientieren können, was an studentischen Arbeiten im letzten Sommer entstanden ist. Und ich freue mich sehr auf Ihre Ideen zu dem Thema, Ihre Anregungen. Und wir können hier wirklich sehr, sehr offen am Gegenstand entwickeln und arbeiten, da wir wahrscheinlich nicht die Möglichkeit haben werden, in Präsenz an einem bestimmten Objekt gemeinsam zu arbeiten. Was mich sehr dauert, aber sich im Moment wirklich nicht ändern lässt. Vielleicht ganz kurz nochmal das digital gestützte Seminar wird in den Input-Phasen und in den Präsentationsphasen sich ebenfalls an diesem Circle orientieren, den ich jetzt aber nicht nochmal durchgehe, sondern Ihnen nur zeigen will, dass wir hier in dieser Input-Phase, diesem Circle folgen und auch in der Präsentationsphase. Der Seminar wird ungefähr so, oder beide Seminare werden so aufgebaut sein, dass es erstmal einen thematischen und methodischen Input geben wird, der die Basis des Seminars darstellt, auf der wir weiter gemeinsam arbeiten. Dann haben wir eine Erarbeitungsphase und diese Erarbeitungsphase werden Sie in Kleingruppen gemeinsam bestreiten, je nach Interessenlagen, die wir in den ersten Wochen ausloten. Und da Sie möglicherweise für die digitale Präsentation Unterstützung benötigen, also das heißt, sich die Frage stellen, wie kann ich auf eine sehr einfache Art und Weise ein Video produzieren, und was mache ich mit Videoschnittsoftware, wie kann ich eine Podcast-Folge produzieren, welche Tools brauche ich dafür, was muss ich beachten, ist mein Rechner überhaupt, den ich verwende, überhaupt dafür geeignet, Videos in Full-HD oder in 4K aufzuzeichnen und zu schneiden, wie lange dauert das, was brauche ich, wie hoste ich das auf welcher Plattform, Sie sehen schon, da sind eine ganze Menge Fragen, die damit verbunden sind. Und das Seminar hat zwei Ziele, nämlich zum einen, dass Sie für sich ein Thema erarbeiten und zum zweiten, dass Sie lernen, dieses Thema in der digitalen Präsentationsform auszustellen, wobei immer gilt, dass Sie ein individuelles Ziel verfolgen sollten und zum anderen eines, dass wir gemeinsam im Seminar erreichen, das heißt, dass Sie nicht ohne andere bewältigen können, so dass wir ein gutes und gerüttelt Maß an Zusammenarbeit definieren können in beiden Seminaren. Das, was Sie thematisch erarbeitet haben, hier in Stufe 2, wird schlussendlich in Stufe 4 präsentiert, entweder synchron oder asynchron, entweder als vertonte PowerPoint, obwohl ich sagen würde, tun Sie das bitte nicht, das macht nur Probleme, oder als Video oder als Audio-File. Ich gelobe Besserung, dass in diesem Semester wir mehr Zeit uns für diese Präsentation, vor allem die Diskussion der Ergebnisse nehmen werden. Das ist vor allen Dingen im letzten Semester ein bisschen zu kurz gekommen. Das lag aber einfach an der Gesamtorganisation im Wintersemester und weniger an den Arbeiten, die waren nämlich sehr, sehr gut. Aber dafür werde ich in diesem Semester etwas mehr Zeit einplanen. Ja, Prüfungsleistungen üblicherweise, Sie sehen hier wirklich nur eine Auswahl an Möglichkeiten und die Äquivalente im Seminar orientieren sich natürlich an dem, was die Prüfungsordnung vorgibt. Überall da, wo Sie hier Referat sehen, dürfen Sie sich gedanklich eine digitale Präsentation denken und überall da, wo Sie hier Lektüre bezog eine Aufgabe und Rezension sehen, zum Beispiel eine Monografie, Sie sehen schon, das ähnelt der Vorlesung ein wenig, kann es auch eine Beteiligung in einer Gruppe und in einer gemeinsamen Präsentation laufen, sodass Sie eine Teilprüfungsleistung für die lektürebezogene Aufgabe schon in dieser Präsentation erbringen und dann daneben noch eine kurze schriftliche Zusammenfassung schreiben, die dann allerdings im Umfang etwas reduziert wird. Lassen Sie überraschen, das klären wir alles in Ruhe im Seminar. Zu den zentralen Präsentationsformen im Seminar gehören zweifelsohne das Referat oder die Präsentation und die Hausarbeit. In der Regel sind es Expertenvorträge, die aus einer Gruppe herauskommen. Da wir digitale Präsentationsformen haben, ist hier durchaus eine Gruppenvorstellung in einer Folge eines Witcasts, also einer Videoproduktion, denkbar und wünschenswert. Aber auch natürlich Podcastaufzeichnungen und so weiter und so fort. Die 30 Minuten sind erstmal eine grobe Richtschnur, denn das würde bedeuten, dass man ungefähr drei Präsentationen in einen Seminarslot pressen kann mit 90 Minuten. Idealerweise ist es so, dass Sie auf 20 Minuten sich konzentrieren und 10 Minuten Diskussionszeit einrechnen. Das gelingt mal besser und mal schlechter. Aber so, dass wir ungefähr 20 plus 10 aus diesen 30 Minuten machen. Das Zweite ist, dass Sie diese Referate unabhängig oder Präsentationen unabhängig zum Beispiel von dem Thema an der Hausarbeit sehen können. Und die Hausarbeit selbst sollte bis zum 15.09.2021 digital eingereicht sein, sollte den Umfang von 15 Seiten für den Bachelor und 20 Seiten für den Master nicht übersteigen. Das ist die Maßgabe. Für das Lehramt gilt im Übrigen, wenn Sie in den ersten drei Studienjahren das Lehramt sind, dann gilt für Sie die 15 und im vierten und fünften Studienjahr die 20. Aber das loten wir nach und nach alles im Seminar gemeinsam aus. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich zumindest Ihre ersten Fragen beantworten konnte. Ich würde mich freuen, wenn Sie demnächst die Matrixräume zu den Lehrveranstaltungen besuchen, sich dort schon aktiv mit Fragen oder Anregungen einbringen und darüber hinaus sich schon Gedanken machen, wohin Sie in der jeweiligen Lehrveranstaltung sich entwickeln können, was Sie gerne lernen wollen, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Ich freue mich sehr auf Ihre Anregungen, Ihre Wünsche und bin bis, ich sage jetzt mal, in 14 Tagen ganz herzlich Ihr Alexander Lasch.